Das ist auf jeden Fall ein cooles Foto. Sehr, sehr gute und schöne Erinnerung. Das war in Rumänien. Das war der PGL Major Qualifier. Und da fing quasi so der Run ab. Nee, das ist meiner. Das ist der meiner. Ja, weil du hast einen Pokal in der Hand. Ach stimmt, da gab es den Pokal. Major Qualifier gab es da keinen Pokal. Nee. Haben wir gegen Penta im Finale gewonnen. Ja, stimmt. Nachdem wir vor einmal gegen uns gewonnen. Boah, was ein Bild das war. Wie viele Maps haben wir gewonnen an einem Tag? Wir haben drei Best of Thrys gespielt, glaube ich. Ja, wir haben drei Best of Thry an einem Tag gespielt. Aber wir waren nach dem Ersten, das war gegen Envy, waren wir schon qualifiziert. Und dann haben wir uns noch den Top Seed mit erspielt. Wurde der Erste dort? Ja. Gegen wen war das zweite Spiel? Da habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Gegen die Dänen. Ja. Dignitas. Ja. Das war, wo ich in der Overtime so hundertmal nicht... Overpass war das, ne? Nee, Mirage und auch Overpass. Ich erinnere mich noch ein paar Szenen sogar. Das war hart. Das war auf jeden Fall noch... Und was es key ist, ja, auf jeden Fall immer ohne Schuhe spielen. Und kurze Hosen. Ja. Mittlerweile überall verboten. Das war... Also auch in diesem Event, da war auch sehr, sehr heiß zu dem Zeitpunkt. Sehr wenig Platz. Sehr wenig Platz. Nico hat die Wand eingeschlafen. Ja, Nico hat alles kaputt gemacht. Das war gut. Das war, weil er Platz brauchte. Er war bei irgendeiner Situation sehr frustriert und hat einfach nach rechts oder nach links geschlagen. Ich weiß, wie er gesessen hat. Und es war ein Loch in dieser Holzwand drin. Aber die haben es mit Humor aufgenommen und haben es nicht böse genommen. Das war... Die ganze Crew war auch sehr korrekt gewesen. Also PGS haben wir immer ein gutes Verhältnis gehabt, muss man sagen. Und wir waren zweimal hintereinander innerhalb kürzester Zeit. Erst da, dann beim Offline-Call. Ja, wir sind doch danach dort geblieben direkt, oder? Nach dem Mainer. Ne, ne, wir sind nochmal nach Hause. Echt? Ja.